Sterilisation ohne Skalpell und Schnitte, wie die No-Skalpell-Vasektomie funktioniert, erfahren Sie hier. Mein Name ist Sonja Knipschild, ich bin Fachärztin für Urologie in der Klinik am Ring. Die Sterilisation oder auch Vasektomie genannt, ist ein sehr kleiner und sehr häufig durchgeführter Eingriff. Sie ist die sicherste und komplikationsärmste Methode zur Empfängnisverhütung. Wir in der Klinik am Ring nutzen die modernste Sterilisationstechnik, die No-Skalpell-Vasektomie. Wir führen diesen Eingriff ca. 250 Mal im Jahr durch. Die Vasektomie ist eine geeignete Verhütungsmethode für Männer mit abgeschlossener Familienplanung oder ohne Kinderwunsch. Zwar ist die Vasektomie rückgängig zu machen, sollte aber trotzdem gut durchdacht sein. Bei diesem sehr kleinen ambulanten Eingriff werden beide Samenleiter durchtrennt und dadurch wird verhindert, dass Spermien mit dem Samenerguss abgegeben werden. Äußerlich unterscheidet sich der Samenerguss nicht von dem vor der Operation. Auch Erektion und Libido bleiben gleich. Hier sehen Sie Hoden, Penis und Samenleiter. Beim Samenerguss gelangen die Spermien aus dem Hoden über den Samenleiter nach außen. Bei der Vasektomie werden beide Samenleiter durchtrennt, sodass keine Spermien mehr abgegeben werden. Bei der klassischen Methode wird ein Hautschnitt jeweils über dem Samenleiter mit dem Skalpell gemacht. Bei der No-Skalpell-Vasektomie wird kein Schnitt mit dem Skalpell gemacht, sondern die Haut mit einer kleinen Klemme eröffnet und etwas gedehnt, knapp unterhalb vom Penis. Dadurch kann ich über eine kleine Eröffnung beide Samenleiter gut erreichen. Zuvor betäuben wir den Hautbereich, damit sie garantiert schmerzfrei sind. Hier sehen Sie eine Schema-Zeichnung von Hodensack und Penis. Das soll der Hodensack sein. Hier drüber ist der Penis. Eine dunkle Linie markiert die Mitte. Und in dieser Region wird die Eröffnung der Vasektomie gemacht. Das soll vergrößert der Samenleiter sein. Hier wird ein guter Zentimeter rausgetrennt. Die offenen Enden werden mit Strom verödet und nochmal mit einem Faden unterbunden. Das gleiche wird auf der Gegenseite gemacht. Nach 15 Minuten kann ich die Haut in dem Bereich mit einem selbstauflösenden Faden zunähen, sodass Sie nach der Operation keinen weiteren Termin zur Fadenentfernung benötigen. Da bei der Vasektomie lediglich die Samenleiter durchtrennt werden, der Hoden aber unberührt bleibt, bleibt auch die Testosteronproduktion gleich. Erektion, Libido und Samenerguss ändern sich dadurch nicht. Lediglich unter dem Mikroskop sind in der Samenflüssigkeit keine Spermien mehr zu sehen. Vasektomierte Männer berichten auch, dass sich ihr Sexleben nach der Vasektomie deutlich entspannt hat, weil beide Partner sich keine Gedanken über Verhütung mehr machen müssen. Wenn Sie mehr über die No-Sculpe-Vasektomie erfahren möchten, vereinbaren Sie gerne einen Termin bei uns in der Klinik am Ring. Wir freuen uns auf Sie.